die sieht ein bisschen blass aus ja, die sieht irgendwie aus wie eine Leiche aber die hat ja auch ein komplett anderes Kleid an das muss so sein primmelblütenkissen was ist das denn sicher, dass du dich nicht verlesen hast es hieß nicht primmel das habe ich gesehen ich dachte jetzt an primeln ja, sonst alle 25% Blutpunkt für die ich habe gar nicht mehr geguckt ich nehme einfach nur noch, was ich kriegen kann so, ich muss euch dreimal abhängen und ich muss vom Killer fliehen bitte erst abhängen und dann vom Killer fliehen ja, danke vom Keller oder vom Killer? vom Killer, sag mal, hast du was in den Ohren? oh, die Farm, die ist scheiße, glaube ich oh, ich bin direkt im Ausgang ich bin direkt im Ausgang, warte, hier sind drei Leute bist du das? Ich bleib bei dir ich bleib beim Cubic da sterbe ich vielleicht weniger nein, der rennt immer woanders hin ach, der hat einen Generator und ich ich bin das ja, wir auch äh, wieso? oh, er ist er oh, er hat mich, er hat mich nein, geh doch da drüber nein, du sollst dich schleichen aber er hat dich noch nicht er hat so er soll mich auch nicht kriegen ich muss ja von dem abhauen nein, 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 ich muss ja von dir abhauen ich brauch die Blutpunkte nein, er geht in den Keller Keller scheiße, so kurz davor du bist so ein Arschloch ehrlich der macht doch nur seinen Job ich mag seinen Job nicht aber er kommt zu dir ich weiß er ist auf jeden Fall aus dem Keller raus aber, ja, irgendeiner läuft hier oben springt runter sieht mir so nach einem Cubic aus ja siehst du den? wo ist der? er folgt mir fuck äh, ich glaube, ich folge dir, ne? also, jetzt nicht mehr, aber ich kann mich scheiße, ich kann mich da selber na, ich bin bei dir in der Nähe ich kann mich aber nicht heilen, fuck fuck okay, er hat mich an er hat keinen Bock mehr naja, er folgt wahrscheinlich jetzt gleich meinen Bugspuren nachher kommt noch zu mir wo ist denn der andere Typ eigentlich? der ist hier, glaube ich, im Generator wo dauert das lange mit den Generatoren? wieso ist hier keine Palette? scheiße denkst du ihn noch ab? ne, denk ich nicht ab ich hau ihn aber rum, ihr habt gute Zeit ja, ich bin ja dabei das dauert ewig einer hat einen gemacht meiner ist fast voll hier ist ein kaputter Generator meiner ist, ist gemacht meiner ist gemacht ach da, ja, ich seh's wer hängt? Nils hängt? wo bist denn du? ach, da hinten ach, ich versuche hinzukommen ja, da versuchst du du musst doch eh einen retten was war das? die andere von uns tot oder was? der ist bei mir jetzt, ne? ja, ich bin natürlich am Keuchen ohne Ende lass mich dich wenigstens noch abhängen scheiße, ist der noch bei dir in der Nähe? scheiße, das hier, ja ja, ja, doch, der ist bei dir der ist jetzt da reingegangen fuck du musst gleich kämpfen gehst du nicht nach vorne noch? oh, er kommt zu mir fuck, 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 er kommt zu mir denk ihn ab, Schatz ich bin gleich da also nicht bei dir, aber ne, ich gehe in die andere Richtung oh, scheiße, scheiße na, gut ja, ich spiele ja im Endeffekt ich spiele im Endeffekt ja jetzt nur mit ihr oh, da hinten kommt die nächste ich spiele nur mit ihr, weil sag schon weil ich die Blutpunkte habe ne, weil ich muss drei abhängen und ich muss noch irgendwas mit ihr machen dankeschön, dankeschön achso, müssen wir die auch noch halten? dich noch halten? ne, die macht ruhig na, komm da ja, er hängt mich auf ich hänge also du kannst mich retten gleich nein, 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 nein warum rennt der eine weg? scheiße, er steht noch hier äh, die Ming holt mich runter nein, die soll dich nicht runterholen boah, jetzt hat er mich schon wieder im Visier ich bin direkt um die Ecke wer hängt denn da? äh, die Ming, aber ich hole sie gerade runter boah, das gibt's doch nicht, ey scheiße einschlachen hat er mich schon wieder erwischt, ey äh, er hängt mich jetzt auch wieder wir sind gerade am heilen ja, ich bin gleich, dann muss ich kämpfen ich muss sagen, das war ich jetzt aber nicht nein, 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 nein scheiße, er hat mich, er hat mich ich wollte gerade in die andere Richtung äh, die Ming kommt dich holen äh, aber der läuft hier ich muss hier scheiße, der kommt zu euch, zu euch, zu euch ja, der hat mich gleich erwischt dabei, ey fuck fuck, fuck, fuck aber wie oft hingst du schon? ja, ich bin tot dann verzeihung ah, nein, ich muss kämpfen wieso muss ich kämpfen? ich bin da noch gar nicht aufgehangen gewesen wieso hat er den wieso hat er dich ermöglicht? komm, ich blockiere jetzt so lange, bis ihr nicht mehr er hatte Diabolik, scheiße ne, aber rennt zum anderen er rannt auch nicht mehr hierhin der weiß, dass ich kämpfe oh, komm, lauf ein bisschen schneller, Ming, bitte ey oh, sie hat mich runtergeholt oh, mein Gott scheiße er hat aber sie, er hat sie oh, sie kommt zu dir ah, ja, fuck, fuck, fuck nein, jetzt hat er uns alle ja, jetzt hängt er mich natürlich ah, scheiße ja, nein oh, ich hab doch genau den Dings getroffen wollt ihr mich verarschen? was hast du getroffen? ja, ich hab genau die Lücke getroffen damit er mich wieder direkt runterlässt fucking spiel ach, Cubic ist am rumkriechen noch heil dich du hast doch eine Kiste in der Hand ach ne, das ist eine Werkzeugkiste sabotier den Haken geht nicht auf den Boden ja, wie kann man den Haken sabotieren? das war vielleicht Werkzeugkiste oder du hast einen Perk dafür also eine kann das auch ohne Werkzeugkiste ja, das ist nämlich die Daily heute zweimal so einen Haken zu sabotieren ja, fahr mal, dein Jacktyp der hat das ja, da muss ich doch mal wählen auf den anderen weil das ist auch ein Perk du musst erst reinmachen scheiße, aber das war wenig da ist er direkt hinter dir auch die Luke weil man kann drauf wenn man kriegt die Luke wieso zeigt er was das denn? Silke zeigt er noch an mich nicht mehr ne, ich bin nicht drin ich bin doch mit dir gerade am weglaufen gewesen ja, aber warum seid er bei dir? ich sehe, dass du da noch drin bist aber nicht mehr also nur angezeigt aber als Tod das glorreiche Ende des Cubic HDs ey, der kämpft noch aber der andere hängt ja auch im Gegensatz wird sich still aber der andere stirbt glaube ich, das stirbt vor ihm noch ey, der hängt ja auch schon was länger der ist schon gut abgehangen aber wir hatten wenigstens mal jemanden jetzt mit dabei der wirklich auf Team aus ist und nicht nur ich mache jetzt alle Generatoren wenn alle um mich herum verrecken lassen was komisch war mit den Generatoren dass die nicht so einfach gehen die waren so rot als wenn der auch einen Perk hatte wenn sie rot sind sind sie meistens stiller ne, rot äh, bei diesem wurde drückenlos ja, das ist ein Fluch dass du den schlechter treffen kannst es gibt aber auch einen ich weiß nicht, ob das der gleiche Fluch ist dass du schlechter reparieren kannst kommt auch noch hinzu noch immerhin noch sechsmal ja, es gibt ganz viele da sieben tausende, ja ich scable Level 5 von ihr, oder? nein, so kurz vor Level 10 nein, es reicht nicht ich muss noch eine Runde mit der spielen wegen Level 5 lasse ich dir ein das ist ein das ist ein wie möglich ist das ist ein das ist ein das ist ein